mann PENNER ich bin ein Baster Alter ist da kein Baster drin oder so? nein, natürlich nicht ist auch nichts hm, können wir es kaputt machen? ne ok da ist nämlich garantiert oder was ist? der kommt bestimmt ja ne, doch nicht oder? wie sieht es aus? was ist das jetzt hier? auch nur so ein Raum ne ich wette der kommt hier irgendwie hin da ist nämlich auch nichts drin da hinten wird der drin sein ja, da ist er, ok da ist er ja, zack und nochmal, klack geil ja, wo muss ich denn jetzt? oh, das ist auch so gut wir sind wo bin ich? oh nö hau ab hau bloß ab mit deinem Scheiß ok, hau ab nein was mache ich? hau ab wusch wusch ok ok ich bin viel zu unaufmerksam für dieses spiel man das ist doch dumm das ist doch echt dumm ok happy fail im Moment ok 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 so, wo war ich denn jetzt? ok, noch nicht da 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 und hier geradeaus war ich boah, oh man was ist das denn? was ist das? was ist das? was ist das? ich hab keine Ahnung naja, gut ok, hier war ich noch nicht drin huuua nein, 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 nein mann ich bin viel zu unaufmerksam ich bin viel zu unaufmerksam weiß er oh man ja, ihr könnt mich ruhig als Noob zeichnen ist ok ist in Ordnung jetzt warte ich aber bis der sich umdreht ey so, genau genau, zack oh ja genau ja, da ist die Kiste nö, ist auch nichts drin ok so, hier ist der wahrscheinlich ja, da ist er oh ja, was macht der denn? ah, da, ok ich bin mir so scheiß schwer na zack ok so wo muss ich hin? da ist da ist schon wieder so eine scheiß Palle ja, ich muss wahrscheinlich auch wieder nach oben aber wo denn? hier ist nämlich kein Gegner aber ja, jetzt kann ich hier weg tun und die Karte absuchen hier habe ich nämlich alles platt gemacht hoffe ich zu Ende ist oh oder nicht hier drin ist noch einer ähm ö ö ach das ist der na gut hallo hallo hier ist niemand mehr ok dann suche ich mal hier weiter ich muss doch nicht zu lange so oooooh fuck fuck oh gott das war knapp wo ist der? ist der jetzt links oder rechts? ah, links, ok boah alter da hinten ok du drehst dich jetzt bloß nicht um genau ok dann war ich hier also noch nicht dann ja 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 das muss ich wahrscheinlich hin, warum hier dann hm man gibt mir etwas zu trinken das ist auch nichts hier habe ich auch einen getötet ah hier 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 war ich nun nicht drin sieht man auch, weil da kommt direkt ein Gegner wo denn? ah hier drin ok oh das ist eine eine Frau entschuldige ok ja da ist es sehr schön ha 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 geil ok 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 also ach man hä äh 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 rennt diese Frau rum aber ja da die darf ich nämlich nicht umbringen das ist nämlich gar nicht gut ok lass mich schnell durchs rot so so wo war hä verstehe ich jetzt grad nicht muss ich hin überhaupt ach muss ich hin überhaupt also hier unten müsste jetzt wirklich alles ähm hä so das ist so verwirrend einfach nur wow 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 oh da kommt einer ins skype oh fuck es lagts ein Moment mal kurz so jetzt geht's wieder oh mein Gott naja gut dass das jetzt so hängt wenn ich äh aufnehmen hätte ich jetzt auch nicht erwartet aber gut ich gibt es denn hier nicht irgendwann treppen muss doch hier geben es muss doch irgendwas wie sein was man da machen kann oder so das verstehe ich jetzt nicht das verstehe ich jetzt überhaupt nicht wo ist es wo ist der weg ich weiß es nicht ich suche einfach mal weiter je nachdem wie lange das jetzt noch dauert werde ich vielleicht das auch ausschneiden also hier ist schon mal nix dann gehe ich mal auf die andere seite ja was denn naja gut ich gehe mal auf die andere seite ach man nicht und ist hier irgendwas irgendwo versteckt oder so das ist ja typisch irgendwo Oh, nee. Irgendwo da oder so? Nö. Das hier vielleicht? Kann man das kaputt machen? Nö. Nö, okay. Ähm. Hm. Was nun? Ähm, ich habe irgendeine Ahnung. Ich bin verwirrt. Äh, scheiße. Hier irgendwas? Äh, hier? Nö. Natürlich nicht. Oh, Mann! So. Ähm. Alter! Was ist los? Wo muss ich hin? Nee. Ich wette, hier ist irgendeine versteckte Tür. Oh, Mann, hier hat diese scheiß Dinger da. Hier irgendwas? Nein, natürlich nicht. Ja, schön, aber... Oh, Gott. Ich glaube, ich werde das rausschneiden. Ja, ist ja gut jetzt. Hier vielleicht? Ah! Ha! Ich habe es gefunden. Sehr schön. Okay. Okay, hier rolle ich mal lieber hoch. Also, ich habe es bestimmten Gegner direkt. Ah, ich habe es gefunden, endlich. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, zack. Ganz lächer. Oh, locker. Ich wusste es schon mal frei. Nee, okay. Ja, wohin jetzt? Ah, hier. Da ist noch was zum kaputt machen. Das sieht schon... Wow! Das sieht schon so aus. Oder auch nicht. Scheiße. Das war aber ziemlich gut versteckt hier. Wow, die Wahlfeuer. Ah, okay. Ich bin durch. Na ja, gut. Fein. Cut scene. Cut scene time. Lasst los. Nein! Wenn ihr meine Tochter mitnehmt, müsst ihr mich auch mitnehmen. Euch brauche ich nicht. Ich brauche die Prinzessin. Der Arschloch wieder. Lady Kai. Motohide. Dafür werdet ihr bezahlen. Noch so eine Ninja gehöre. Ich werde euch lehren, wie ihr mit einer Respektsperson spricht. Wartet auf Genbo. Jetzt schleicht sich Genbo an. Au! Au! Okay, was ist das denn für ein Eiler? Okay, was ist das denn für ein Eiler? Das Schicksal eines Feiglings ist ein dreckiger und beschämender Tod. Seid nicht gemein zum Harren, Mädchen. Ihr wollt kämpfen? Kämpft mit Genbo. Nenn ja Meister im Schleichen. Wie schade. Mit Maske wart ihr viel ansehnlicher. Ja, jetzt kommt dieser Kogeschütter. Okay. Jetzt kommt zum Bossfight. Ja! Genau! Wie viele Points hat der? Der hat mehr als wenig Kagami. Zweimal Gas direkt. Ja, komm. Hau ab mit deinem Scheiß. So. Wieso habe ich eigentlich noch dein Gas? WOOOOO! Okay. Baseballschläger! Okay. Suck. Hier kriegst du sie. Ach man. Penner, Alter. WOOOOO! Okay, ich krieg dich noch. Der ist jetzt schillig, dieser Beep. Ja, jetzt gleich mit zweimal. Du steht nur rum. Fettsack, Alter. Okay, das war's schon. Na gut. Okay. Okay. Greenbo ist der Stärkste. Greenbo ist unbesiegbar. Aber heute muss Greenbo verschwinden. Okay. Was? Verschwinde! Danke. Mädchen. Greenbo bleibt am Leben. Oh mein Gott. Oh. 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 Ayame? Ja. Hm. Meine Ayame. Ein Ninja. Versucht nicht zu sprechen. Ich hole Hilfe. Ich hole Hilfe. Warte. Hier, nimm. Bitte. Pass auf Kiko auf. Oh weia. Sie ist gestorben. Süchtigkeiten nicht mehr. Ja, weil ich halt fünfmal entdeckt, boah, das ist scheiße. Na gut. Ah, ich mach doch noch mehr für heute. Scheiß drauf. Hab im Moment genug Zeit. Deshalb werde ich jetzt auch eine Runde aufnehmen. Weil ich wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr dazu kommen werde. Deshalb werde ich jetzt mehr aufnehmen, damit ich mehr hochladen kann. Und, jo. Nehmen wir weiter. Ich hoffe mal, dass die Katzen jetzt nicht lagen. Ja, okay. Oh. Okay. Hm. Aiyame. Motohide hat Lady Kai ermordet und Prinzessin Kiko entführt. Ich werde sie suchen. Tutututututut. Voll geil. Ah, siehe Motohide. Willkommen in meinem Feldlager. Seid gegrüßt, Fers Toda. Bedauerlicherweise lebt mein Neffe noch. Doch ich konnte ihn mit einem geschickten Schwertieb ernsthaft verletzen. Und ich entführte seine Tochter. Sie gibt mir zwei Divisionen und ich bringe es zu Ende. Oh. Oh. Ich weiß, ich habe versagt. Aber bitte, wenn ich die Männer heute führe, verspreche ich euch morgen weht meine Flagge auf der Festung Goda. Ich glaube euch. Aber wenn ich meine Männer heute führe, wird meine Flagge morgen auf der Festung Goda wehen. Was sagt ihr da? Ich dachte wir... Oh. Der Sieg ist viel süßer, wenn man ihn nicht teilen muss. Boah, was für ein Wichser. Ihr habt gelogen. Habt ihr keine Ehre. Schweigt, ich habe meinen Meister nicht betrogen. Ich bin der Fürst. Der einzige Meister, dem ich diene, bin ich selbst. Ja, stirbt mal. Bringt die Prinzessin in den Schuppen. Ich will nicht, dass ihr einem Leid geschieht. Sie wird von großem Nutzen sein, wenn ich Fürst Goda befehle, sich zu ergeben. Oh, oh. So viel zu Versprechungen. Ein passender Tod für einen Feigling. Wenn ich mich nicht zuerst um die Rettung von Prinzessin Kiko kümmern müsste, hätte ich gute Lust, Goda in seine Schranken zu weisen. Ach, jetzt kommt dieses Scheiß-Level, wo man nicht gesehen werden darf. Oh. Es ist nur ein Lehrwädchen. Na, die kenne ich noch. Was sollte denn das? Ah, die kenne ich ja noch. Na, die Rettung der Prinzessin. Finden Sie die Hütte, in der die Kiko gefangen wird. Werden Sie nicht entdeckt? Oh, Skype geht mir auf den Sack. Ich gehe gleich da aus. Das tut mir jetzt aber leid. Geh weg. So, okay. Das brauche ich wahrscheinlich nur einmal. Ein paar Durchmesser. Aber das. Okay, starten wir. Und, ja. Ich glaube. Ja. Ich bin mir sogar sicher, dass wir in dem Level nicht gesehen werden. Und da kommt ne... Wenn ich einmal gesehen werde, ist das Level direkt... ...zu Ende, glaube ich. Hat man direkt verloren. Also das ist schon... Ich hasse solche Ländle. Ganz klar. Oh, da oben. Ach, die wieder, okay. Ah, die haben Items. Ja, jetzt fangen sie an Items zu haben. Das ist gut. Oh, da ist die Kiste. Da ist die Kiste direkt. Oh, da ist einer. Oh, Gott. Ja, jetzt muss ich nämlich über das draufpassen. Okay, da ist die Kiste. Oh. Okay. Giftrohr. Naja. Und. Die haben nie was, okay. Da habe ich das Item schon mal gefunden. Das ist schon mal schön. Jetzt will ich möglichst schnell hier. Das ist scheiße. Hinter mich dringend. Okay, da oben. Ich seh dich. Ich seh... Och, Mann! Boah. Sky. Ey. Einen Moment. Ich mach mal kurz einen Schnitt. Und ich geh immer aus Skype offline. Also bis gleich. Okay. So. Da bin ich wieder. Ohne Legs. Durch Skype. Und... Ja. Diesen Typen da oben. Das ist sehr gefährlich, was ich da mache. Oh, aber... Ich hab mich nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Oh, Mann. Nicht runter. Nein! Das fliegt doch nicht runter. Kommt schon von da. Ach, da. Okay. Da ist er, ja. Ja. Nein! Fick dich doch! Oh, Mann! Ich mach' gleich da weiter. Du bist gleich. Naja, okay, ich mach einfach hier weiter. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo ich schon war und wo nicht, aber das lässt sich doch ganz leicht rausbringen. So, ich war hier, war ich schon. Und dann muss ich jetzt hier lang. Genau, da oben. Da waren wir ja, stehen gelungen. Bei dem Typen, wo kommt's bei dem da unten? Bei dem Scheiß-Pisser rechts da. Nein, um Gottes Willen! Oh Mann! Bis gleich. So, jetzt aber. Ich hab den da oben jetzt getiltet. Und, ja. Ich werde jetzt mal gucken, wo der nächste sich da versteckt. Ohne, dass ich wieder sehen werde. Das ist so scheiße. Oh, Alter, ich krieg einen Herzinfarkt. Ich krieg echt einen Herzinfarkt hierbei. Okay, das Item hab ich schon gepumpten. Ich find mir noch das eventuelle Wasser. Okay. Ich muss ja auch dieses Haus finden. Wo diese... ...die kleine ist. Oh, der hat mich nämlich ehm schon gesehen, der Mixer. Oh, was macht du? So blöd. Oha. Alter. Ist das hart. Wenn du gesehen werden zu dürfen. Oha. 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 Der geht ja mir auf den Sack, ey. Oha. Oha. Ja, ich hab voll viele Items verloren durch die Scheiße, ey. Okay, kann ich nicht mehr haben? Hier auch nicht. Wow. Hier am Kartenrand bitte will schlecht einer sein. Doch, da ist einer. Komm. Oh Gott. Da kannst du ruhig am Spieß grünen. Oh, ich hör was. Oh, ich hör was. Wo zur Helle. Wo ist der? Scheiße. Ich glaub, das ist die Kleine. Oh Gott, sie weint. Oh Gott, sie weint. Mein Gott. Mein Gott. Oh Mann. Der Ding da hinten kill ich jetzt noch. Nein! Scheiße. Beim letzten gesehen worden. Was soll das?